Wenn Sie einen Rabbiner, einen Pfarrer und Imam unter einem Dach sehen wollen, in einem Gebäude, wo eine Synagoge, eine Kirche und Moschee auch sind und in der Mitte ein Saal, wo die verschiedenen Strömungen sich treffen können, der House of One in Berlin ist die Herausforderung nicht nur für die Leute in Berlin, sondern für jeden, der wirklich an interreligiösem Dialog interessiert ist. Warum gerade Berlin? Für mich als Jude ist diese Stadt Stadt der Wunden, Stadt des Wunder. Hier wurde systematisch geplant, uns auszurotten. Und gerade in dieser Stadt kommt jetzt eine Antwort. Nicht Ausrottung und nicht nur jüdisches Leben, sondern Leben für die drei monotheistischen Religionen, die die europäische Kultur prägen und einen Einfluss haben, wo immer sie sind. Wollen Sie nicht mitmachen, um dieses Zentrum aufzubauen? Dieses House of One. Es ist nicht nur One für Berlin, sondern von hier, gerade weil es eine multikulturelle Stadt ist, wird sich das verbreiten in verschiedenen Ländern der Welt. Kommen Sie doch mit. Du, du und du, machen wir doch zusammen. Das, was andere zynisch meinen, das wird nie werden. Du glaubst an Wunder. Ich glaube an den auch. Together. The House of One.